Ich stehe zu nah dran, ey. Alter, kommen da viele. Steht der aber auch so blöd in der Ecke. Auf dieser Erhöhung. Verstecken die sich hinter dem einen mit dem Schild, ey. Ich möchte jetzt alle erledigen. Aber da fliegen Raketen, da fliegen Kugeln rum, da fliegt der Panzer rum. Also diese Kugeln vom Feuer, alles ist da, ey. Äh. Ey, dann fällt die Tussi auch noch blöd runter, ey. Und dann gibt's auch noch die hier. Die ja im Prinzip leicht sind, aber der Boden halt, ne. Ihr wisst schon, der Boden hat Löcher hier. Wo man auch gerne mal reinfällt. Oder mal rein springt in die Kugeln. Das ist ja nix Neues bei mir. Och, was geht hier noch weiter mit diesem Boden? Ich wollte doch springen. Da hab ich die Kante nicht mehr bekommen. Ach, ne Kobra. Oder so ne Schlange halt, ne. Das war kein Häufchen AA, was ich im Metal Slug 2 oder so gesehen hab. Aber das sieht auch schon sehr nach nem Häufchen scheiße aus. Fights, wo man nach unten schießen muss. Der Burner. Fights, wo man nach unten schießen muss. Mann, ey. Eigentlich muss ich nur direkt Granaten werfen. So. Was ist da denn passiert? Yes. Ja, mit Granaten geht alles besser. So, mal schauen, bei welcher Mission wir jetzt schon sind. Bei 5. Geht also schon weiter. Wir sind auch schon bei einer Dreiviertelstunde. Mal schauen, wo uns das jetzt hinführt. Mission Impossible Style. Cool. Das ist aber auch gefährlich. Ich wollte das Ding fangen. Ich wollte das Ding fangen. Ja. Ja. Komm, jetzt bin ich ganz unten. Jetzt schneid sie sich ab. Ja, ja, ja. 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 Oh, diese Laser-Drohnen sind hier schon wieder. Mann. Ja, dann nicht. Dann bin ich in die Überwachungskamera reingesprungen. So, mal schauen, was mich hier erwartet. Der Tod erwartet mich hier. Was sonst? Oh, ein Professor, der mich in einen Schimpansen verwandelt hat. Mit einem Maschinengewehr. Okay, sie machen also auch quasi Tierversuche hier. Alles dabei. Der verbandelt mich nicht nochmal. Oh, shit. Oh, shit. Ja. So, jetzt muss ich mich beeilen. Denn, es ist Essenszeit. Speedies. So, ich hoffe mal, das ist hier die letzte Mission. Wir sind hier.